Ja, liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse, herzlich willkommen zum Informatikunterricht, heute als Video. Und das Thema der heutigen Stunde ist der Aufbau eines Computers. Und dazu habe ich euch mal hier meinen Computer hingestellt und würde euch jetzt mal zeigen, was da so drin ist. Und da ich recht groß bin und die Teile im Computer recht klein, habe ich gedacht, ich schrumpfe mich jetzt, damit ich euch das von ihnen zeigen kann. Achtung, fertig und los. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Na, das hat doch ziemlich gut geklappt, oder? Bevor wir jetzt zum Inneren des Rechners aufbrechen, zeige ich euch noch kurz die Anschlüsse. Kommt mal mit. Direkt unter mir ist der Audioausgang, der beispielsweise für Kopfhörer genutzt werden kann. Direkt daneben ist ein Audioeingang, wo sich ein Mikrofon anschließen lässt. Außerdem gibt es drei USB-Anschlüsse für weitere Geräte oder natürlich USB-Sticks. Aber auch eine SD-Karte lässt sich anschließen, nämlich hier. Das ist ebenfalls ein Speichermedium, viele Kameras speichern darauf ihre Bilder. Der Slot hier drüben ist für sehr kleine SD-Karten, die man beispielsweise in modernen Handys findet. Und das da oben? Tja, das ist ein DVD-Laufwerk. Damit lassen sich CDs, DVDs und sogar Blu-Rays abspielen. Auf der Rückseite des Rechners gibt es noch viele weitere USB-Ports, außerdem weitere Anschlüsse für Audiogeräte. Das hier ist der Anschluss eines LAN-Kabels, damit der Rechner auch mit dem Internet verbunden werden kann. Hier unten sind dann verschiedene Anschlüsse für Bildschirme. Bei mir ist ein HDMI-Kabel eingesteckt. So, dann können wir uns jetzt die Innereien des Rechners ansehen. Aber vorher eine wichtige Belehrung. Auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dürft ihr euch ohne Aufsicht eurer Erziehungsberechtigten schrumpfen und in euren Rechner klettern. Wichtige Kleinteile können dabei beschädigt werden. Und nun los. Oha, das ist ja ganz schön hoch. Naja, Augen zu und durch. Für die Wissenschaft. Autsch. Puh, ganz schön staubig hier drin. Soll ich wohl mal sauber machen. Naja. Das hier links neben mir ist das Netzteil. Es sorgt dafür, dass alle Komponenten des Rechners im richtigen Maß mit Strom versorgt werden. Da hinten könnt ihr auch die Kabel sehen. Außen wird das Stromkabel des Rechners angeschlossen. So, ich spring mal nach oben. Ganz wichtig, wenn ihr selber an eurem Rechner herumschraubt, unbedingt vorher den Stecker ziehen, sonst bekommt ihr einen Stromschlag. Hier hinten an der Wand ist die Hauptplatine, auch Mainboard genannt. Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das gesamte Mainboard ist ziemlich groß. Es ist das Gehirn des Computers, das alle anderen Teile miteinander verbindet. Außerdem ist hier das Herzstück des Rechners angebracht. Der Prozessor. Leider ist er hinter diesem großen Kühler versteckt, deshalb zeige ich ihn euch hier. So sieht so ein Prozessor aus. Die Abkürzung ist CPU. Das steht für Central Processing Unit, also zentrale Recheneinheit. Hier werden Berechnungen ausgeführt und andere Teile des Computers gesteuert. Der Prozessor eines modernen Computers kann dabei tausende Rechnungen innerhalb einer Sekunde ausführen. Der CPU rechnet dabei nicht, wie wir Menschen mit den uns bekannten Zahlen, sondern ausschließlich mit Nullen und Einsen. So, dann kommen wir zu dem Teil, das die Computerspielenden unter euch sicher am meisten interessiert. Die Grafikkarte ist direkt über mir. Sieht cool aus, oder? Das ist aber nur der Lüfter. Die eigentliche Grafikkarte liegt darüber. Ich hüpfe mal hin. Und hier ist sie nun. Die Grafikkarte ist dafür verantwortlich, dass wir auf dem Bildschirm etwas sehen können. Beispielsweise Bilder, Videos oder auch Computerspiele. Deshalb ist hier auch das HDMI-Kabel angeschlossen, welches zum Bildschirm führt. Hinter mir seht ihr den Arbeitsspeicher. Das ist wie das menschliche Kurzzeitgedächtnis. Hier werden Daten gespeichert, die innerhalb eines kurzen Zeitraums gebraucht werden. Der Arbeitsspeicher muss besonders flott sein, damit der Prozessor schnell auf die Daten zugreifen kann. Was noch fehlt, sind die Festplatten. Die sind hier unten. Die sind sozusagen das Langzeitgedächtnis des Rechners, denn sie können Daten dauerhaft speichern. Ich habe eine SSD-Festplatte, die schneller ist, aber dafür einen kleineren Speicherplatz hat, und eine HDD-Festplatte, die zwar langsamer ist, dafür aber viel mehr Daten speichern kann. Da beide Platten im Gehäuse sind, spricht man von internen Festplatten. So, jetzt habt ihr das Wichtigste gesehen. Da kann ich mich also wieder vergrößern. Mal schnell den Vergrößerungsknopf drücken. Oh, äh, funktioniert irgendwie nicht. Was steht denn da? Vergrößerungsstrahl? Entwickelt von den Machern von Lernsax? Oh nein, es wird niemals richtig funktionieren. Muss ich jetzt für immer hier im Rechner bleiben? Hilfe! Bis zum nächsten Mal.